Hallo, herzlich willkommen zu Super Mario, ähm, äh, Epic Battle, ähm, Pokémon. Pokémon Blattgrün. Vielleicht sollte ich nicht so schnell sprechen. Der Boss sagt, dass Silph Scope macht geister-sichtbar. Ja, wenn ich vorsichtig spreche, dann bin ich nicht zu ungeschickt. So, dann versuchen wir es doch mal, diese Typen zu besiegen. Er setzt ein Zuban ein. Mit dir ein Menke. Ich beschließe mal, die Attacke Steinhardt einzusetzen. Ich treffe sogar damit. Die Attacke ist sehr effektiv und es ist besiegt. Ja, so könnte ich jetzt den ganzen Tag weiterreden. Das würde echt super ankommen, wirklich. Okay, da hat 5 Viecher insgesamt. Das ist echt eine Menge. So, Smogon. Was hab ich eigentlich schon mal für einen Trupp hier? Nicht übel. Und dann, äh, 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 ach, was mach ich denn hier? Eier, was kommt? Zack, und besiegt. Nein, noch nicht mal. Boah, boah, noch nicht mal so halb, irgendwie. Egal, Steinhardt. Vielleicht hat die mal direkt gemacht. So, aber die trifft ja nicht immer. Deswegen, äh, äh, bin ich immer ein bisschen skeptisch bei, äh, bei dieser Attacke, ja. Ich bin wirklich immer ein bisschen skeptisch, einfach. Und jetzt noch einmal. Okay, trifft. Ich dachte, die wäre jetzt sehr effektiv. Ist die nicht? Ich hätte mich betäuscht. Und sehr effektiv fühlt mich. Nein? Wow. Ich dachte, das ist ja mal was ganz neu ist. So, besiegt. Sehr gut, sehr viel. Und zu weit wird, ähm, als nächstes. Ähm. Nein, ich bleib dabei. Dann kann ich hier nochmal Steinhardt machen. Die ist super. Super, duper, sehr effektiv. Und, 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 und. Und, weg damit. Sehr gut. Ja, 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 ja. Ich habe verstanden. Komm, 27. Da freuen wir uns drüber. Jetzt nimm den nächsten. Ah, ich will das Brückmaum wechseln. Aktikal. Oh, das ist ein C, ist vielleicht. Der müsste eigentlich auch Gutex so helfen. Wenn der, ich hoffe, dass ein bisschen stärker ist und nicht so eine Enttäuschung wie vor ein paar Episoden noch. Ähm, äh, 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 Schaufler. Oh, nein, der darf nicht noch vorher klatschen. Hm. Der doof ist, dann macht der. Nein, das ist nicht doof. Das darf der mich zweimal schlagen, aber der hat einmal wenigstens daneben getroffen. So, sonst hätten wir jetzt echt zwei geben können und ich nur eine, also. Na, wirst du Bescheid? Ah, jetzt haben wir gewonnen und freuen uns. Stopp, ich gebe mich. So, weg damit. Äh, dann will ich jetzt gerne Menki weiter nach hinten schieben. Und wann entwickelt sich so Menki eigentlich weiter? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mir eigentlich mal im Internet nachgucken. Äh, und die Dinger sind lustig. Oh, wie drehen wir es da drin? Das ist unglaublich. Ah, dazu kommen wir mal später. Oder ich bin jetzt schon hier drin gefangen, ne? Ich habe einen Mondstein. Ach, egal, dann mache ich das jetzt einfach hier weiter. So, dahinten liegt noch was. X Tempo. So, jetzt schneller. Dann haben wir hier noch Verhöhner. Eine tolle VM, werde ich verkaufen. Ähm. Und die Dinger laufen schneller ab als bei Pokémon Rot und Blau. Oh, da lief das wirklich lahm. Ach, ja, wenn man diese Falle reinnimmt. So, wenn ich oben lang gehe, dann komme ich richtig an. Hier, aber ich würde gerne da lang, weil da auch irgendwas rumliegt. Super dran. Ja, super, super gut. Na. So, dann hier lang und hier und. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, egal. So, so. Hier lang. Jetzt bin ich richtig. Ja, jetzt gibt es hier noch diesen Aufzug. Da könnten wir eigentlich reingehen, aber da bringt uns im Moment gar nichts. Da braucht man einen Öffner. Und den, äh, haben wir gerade nicht zur Verfügung. Weil hier oben kann man gehen. Ihr wart noch böse Team Rocket Trainer. Was willst du überhaupt hier? Ja, ich will euch alle besiegen. um der beste Gympoco-Meister zu werden. So, Raffrazz. Da komme ich natürlich alternativ mit einem Super-Ton-Ritexor an, der ist, äh, kaum verwirrt. Nein. Ach, wieso überleben die immer knapp? Und dann noch Hyperzaun, ja? Ah, Frechheit. Frechheit, wirklich. Alle überleben immer alles knapp. Echt erwärmlich. Radikal. Oh, da wird noch eine ganze Stufe härter. Und, überlebt der? Ja, okay, das sowieso. Ich dachte, ja. Überlebt der, wenn ich zweimal drauf schlage? Das wollte ich fragen. Aber, äh, Schauflat? Nein, der darf nicht noch vorher klatschen. Oh, das will ich doch gar nicht. So hat der viel mehr davon als ich. So darf der nämlich zweimal zuschlagen. Und ich nur einmal. Und, Gutexor ist sehr wohl eine Enttäuschung für mich. Ähm. Äh, oh, komm, jetzt ein Volltreffer. Ach, das Spiel will mich doch echt noch verarschen. Und verarschen. Und alles, was schlecht ist. Ich wette, ich krieg den da jetzt nicht noch einen davon besiegt. Nicht mit dem Gutexor. Der ist eine einzige Enttäuschung. Und ich weiß, es heißt es ja, oh, du musst deine Pokémon mit Liebe oder Respekt behandeln. Nur so werden sie dir gehorchen. Und du wirst eine tolle Freundschaft zu denen aufbauen. Leck mich, das ist ein Spiel, Mann. Und kein, kein, oh, Liebesdrauma. Nur, so, noch einer. Ja, Ratspratz, okay. Den könnte ich vielleicht ja noch mal sehen. Ich meine, das andere Viech von gerade habe ich ja auch noch gerade so irgendjemand bekommen, ohne Schramm zu erleiden. Und es klappt sogar lang. Und gewonnen. Oh, ich schreie, der versucht, die Masse zu lernen. Nein, die Attacke ist blöd. Das senkt nur die Initiative des Gegners. Und das ist überhaupt nicht relevant. Okay, das kann nicht funktionieren. Nee, kann es auch nicht. Ah, jetzt will ich aber wechseln. Aquana soll weitermachen. Wow, es leckt. Warum leckt das Spiel? Sag du es mir. Okay, okay, ich packe aus, benutze auch so zum Boss. Ja, aber was für ein treues Mitglied des Team Rockets, der sofort alles ausklaudert. Aber da steht noch so ein Typ rum. Alarm, Eindringlinge. Ja. Ich habe die Vermutung, derselbe Typ ist bei Pokémon Gold und Silber. Und Kristall und Soul, Silber und Hartgold. Der Typ, der, wenn man diesen Untergrund versteckt von dem sind, immer da, wo man an diese Statuen vorbeirennt, die immer kommen, ist das einer von denen, gegen die wir kämpfen müssen. Der schreit nämlich auch Alarm, Eindringlinge. Genau wie der hier. Das könnte echt eine Anlehnung sein. Das ist mir aufgefallen, sowas, ja. Jetzt kommen mir immer, glaube ich, drei Typen dann immer auf einen zu. Der Erste. Der Erste, der schreit Alarm, Eindringlinge. Der ist es. Das ist derselbe wie hier, ja. Also, das ist das, was mir auf meinen Kopf entsprungen ist. Viele von euch werden gar nicht mal wissen, was ich meine, aber achtet mal drauf. Falls ihr das nächste Mal Gold oder Silber oder sowas spielt, dann merkt ihr das schon selber. Und dann werdet ihr sagen, oh mein Gott, er hat recht. Er hat recht. Und dann ist da die Frage, wer ist er? Okay, jetzt fantasiere ich schon ein bisschen. Der ist besiegt. Das ging ja wirklich schnell. Naja, hier gibt es jetzt auch nicht mehr für uns zu entdecken. So, ich guck, ich weiß nicht, wovon du redest. Sprich! Okay. Dann geben wir halt die nächste Etage rein. Wir können ganz rasant schnell hier hoch. Und dann kann man ganz anscheinend wieder runter. Und da wartet so ein Typ auf uns. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Jetzt guck mal. Da steht A-N-M. Da steht Arsch. Boah, böses Spiel. Ich bin der Beste. Ja, also der Beste im Entdecken von versteckten Botschaften und alles andere auch. Pragt sich nur, wie lange Aquana jetzt noch durchmacht. Wow. Mit einem Schockbesuch, das nenne ich gerne. Noch einer. Okay. Komm ich ja besser zum Flach. Nur Aquana kann ich nicht mehr so oft machen. Also jetzt noch achtmal. Aber ist hier kein Problem. Jetzt hat er erstmal ein bisschen abgerreicht. Und dann denke ich mal, werde ich ihn sowieso auch mal ein bisschen auswechseln jetzt. Und nicht mehr weiter mit dem Kämpfen. Und dann sehen wir ja. Oh, ich hab verloren. Ah! Oh mein Gott. Okay. Du nach hinten. Du nach ganz hinten gehst. Ja, genau. So ist gut. So, dann geht hier Frustration. Ne VM. Äh, TM. Was ist ne Maschine? Besser nicht dran rumspielen. Äh, ne TM. Je weniger Zuneigung das Pokémon zum Trainer empfindet, desto stärker ist die Attacke. Ähm, nicht so mein Ding, diese Attacke. Nicht so wirklich mein Fall. Also, wird auch verkauft, um Geld zu bekommen. Ah, nein. Da hätte ich gar nicht lang gedurft. Nein, doch nicht so. Äh. Ne, Quatsch. Ich will. Ah, ne. Ich hätte einfach. Ich hätte einfach hier entlang gehen können. Uah, Alplepsy. Was mach ich denn jetzt? Achso, jetzt weiß ich. Okay, ich hab verstanden. So, so. Und dann. Hier runter. Und da. Und da wartet schon der nächste Typ auf uns. Wir können einfach an ihm vorbeischleichen. Ah, das mach ich nicht. Halte dich aus dem Rockets Angelegenheit, mir groß. Hm. So. Jetzt hab ich's dir gegeben. Du böser, böser Mann. Okay. Auch mein Ratzfatz. Also, ich weiß ja nicht, ob die alle so eins von den Viechern geschenkt bekommen haben, als sie da angefangen haben, weil sie wackelt als Job, ja. Aber alle mit so einem Ratzfatz, das ist scheinend irgendwie schon ziemlich uncool. Ich wetten da auch Radikalen. Ja, Traumato. Oh, das könnte doch kompliziert für uns werden. Wobei, weil eigentlich auch teilweise doch ein Typ Vorteil liegen, mit Raub. Ah, die Attacke ist an sich hier nicht sonderlich stark. Nee, ist sie nicht. Und außerdem hat der jetzt eh geblockt. Also, darf ich die nicht mehr einsetzen? Nope. Geht nicht. Dann mach ich aber hin und weiter. Und wow, die Attacke ist noch stärker. Obwohl sie nicht so effektiv ist. Also, nicht, nicht so effektiv. Und, ach, ihr wisst doch, was ich hier versuche zu erzählen. Weg ist er. Äh, Radikal. Ja, hab ich doch gesagt. Du setzt noch so ein Tücher an. War ja wieder so Typ. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich zuerst angreifen. Und nein, darf ich nicht. Der muss natürlich zuerst auf mich einschlagen. So, aber mit einem Schlag ist der dafür weg. Und ich gehe als Sieger hinaus. Juhu. Tulpe, wo du siehst, so heißen alle. Uh, ich bin am Boden. Sehr schön. Dann gehe ich mal weiter. Und was sieht hier? Schattenglas. Was ist, äh, ich glaube, das war doch irgendeins, was irgendwas hier verstärken tut, oder? Verstärkt und Lichtattacken. Ja, das ist gut. Habe ich irgendein Pokémon, das eine Undlichtattacke kann? Okay, der kann eine. Okay, dann gebe ich ihm Lenky. Für den Fall, dass er mal, ähm, Rauch einsetzen sollte, wird die Attacke durch Schattenglas verstärkt. Ja. So raffiniert. So, dann liegt hier Top-Ether. Das ist nett. Und, äh, hier liegt Übernahme. Eine, für meine Meinung nach, nutzlose TM wieder. Und da ist der nächste Typ. Ich werde ihr den Liftöffner niemals geben. Ähm, ja, auch wieder so eins der besten, heroischsten Team Rocket-Mitglieder aller Zeiten, ja. Redet noch schön offen über den Liftöffner. Der war niemals zu bekommen. Okay, äh, Steinhagel, Eirass, ich mach' Steinhagel. Na, oh, der kommt ja locker damit durch. Wow, und, ach, das war nicht cool. Das war gar nicht cool, sogar, äh. Pio-Texo enttäuscht mich nicht. Ich könnte eigentlich auch Schaufel einsetzen. Na, ich glaub' die Attacke würde ich gar nicht erst treffen, weil der Typ fliegen kann. Also, Smogon. Oh, das ist ja geil. Was für ein Idiot. Hahaha. Ja, jetzt steht der Blut da. So, ich krieg die Erfahrungspunkte. Jetzt setz ihn zu weit ein. Na gut, ich könnte ihn jetzt auch weiterkämpfen lassen, aber dann würde meine Attacke wirkungslos gehen. Sein Lichtwechsel einfach mal aus. Ja, ich kann ihn auch auswechseln, wenn er unter der Erde liegt. Ausnahmsweise. Weil, äh, das ist ja Flug-Pokémon und das war eine Bodenattacke und die würde das überhaupt nichts bringen. Und damit würde ich nur im Nachteil liegen. Also, Donnerblitz. Und mit Reitschäub ich das jetzt auch noch gar nicht bekämpft. Das war jetzt ne Einweihung. Team Rocket Rülpel wurde besiegt. Oh, nein! Mist, ich habe den Liftöffner verloren. Äh, wirklich bestes Mitglied, wo es gibt. Und in Rot und Blau war er ganz noch eine Stufe gemeiner. Der hat sich nicht für alleine rausgerückt. Du musst ihn erst nochmal ansprechen, ja? Und dann erst lag das Ding da. Und der hat sich darauf angesprochen. Das heißt, wenn du ihn nicht unbedingt ansprichst, dann könnte es auch mal sein, dass man das nicht rausfindet. Das wurde allerdings schon, bereits schon ziemlich früh bei Pokémon Gelb schon gehoben. Das, dieses Missverständnis. Aber ist trotzdem fies. So, dann können wir jetzt nämlich hier entlang. Aber nein, Moment. Ich gehe mich erstmal heilen. Besser ist es. Haben wir den schon besiegt? Ja, haben wir. Hier können wir noch nicht lang. Da müssen wir erst durch den Aufzug gehen. So, hier, hier, Spielcasino und so. Wir können es eigentlich theoretisch mal ein paar neue Dinge kaufen. Ja, schon besser. Und dann mal aufschnell ins Pokémon-Center hier. Na komm, mach. Ja, 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 ich habe verstanden. Okay, sie kommen in die Aufblut. Ich habe verstanden. Schneller. Oh, Vorspulen ist nicht erlaubt. Hm. Das ist das bezauernde Team hier. Hm. Ja, mein ganzer Stolz. Na all recognize Schenner da. Vielen Dank.